einen schönen guten morgen meine damen und herren liebe kinder hier spricht der kapitän von der brücke ich hoffe dass sie nach der traumhaften fahrt gestern eine erholsame nacht hatten ja heute morgen befinden wir uns in der finnischen insel welt auf unserem weg nach türku ist ein ganz besonderen ort für die manche flotte da genau hier alle neubauten unserer wunderschönen flotte ihren ursprung haben so 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 ja die mein schiff 2 ist momentan schön in der name der werft sie wird bald zurückdrehen und wir werden hier auf sie warten für ein zweites treffen nachdem wir von der manche 2 uns verabschiedet haben fahren wir weiter in der werft wir werden circa eine meile von der werft stoppen da wir nicht mehr heran fahren dürfen es gibt einfach nicht genug platz zum drehen normalerweise fahren den kreuzfahrtschiff nur einmal raus vom werft sobald wir die werft gesehen haben dann drehen wir um und fahren zurück in richtung aus dem weg zurück werden wir eine andere engere und auch schönere passage nehmen und wir werden die fahrt etwas entspannter angehen sodass sie den weg zurück genießen können ja liebe gäste genießen sie das das treffen mit der mein schiff 2 die aussicht von turco und natürlich alles was die mein schiff 1 zu bieten hat ich wünsche ihnen noch einen schönen tag und natürlich bis später ja liebe gäste wir warten jetzt hier auf die mein schiff 2 die wird sich jetzt von der werft in richtung unseres platzes hier bewegen wenn sie nach vorausschauen dann können sie sie auch schon auf uns zu fahren sehen und dann werden wir gemeinsam ein schönes manöver fahren wir haben es in der vergangenheit hier an an bord schiffsballett getauft ich bin sicher das wird ihnen gefallen also einige minuten werden es noch werden bis wir hier alle in position sind aber wenn sie nach vorausschauen richtung backbord dann können sie die mein schiff 2 schon auf uns zu fahren sehen direkt vor uns haben wir jetzt die mein schiff 2 sie fährt auf unseren buch zu und keine sorge liebe gäste sie bleibt natürlich rechtzeitig vorher stehen so dass wir dann eine weile buch an buch hier vor turco sein werden liebe gäste jetzt werden wir uns wie angekündigt einmal drehen sowie die mein schiff 2 auch und dann gucken wir mal ob wir beide wieder zeitgleich in derselben position enden werden unser kleines schiffsballett jetzt für sie liebe gäste bis zum nächsten Mal Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Die Kollegen machen sich jetzt auf den Weg zurück nach Hamburg. Da ist der Weg hier ein bisschen länger als bei uns zurück nach Kiel. Von daher haben wir hier jetzt noch ein bisschen Zeit, um uns die Werft etwas mehr von der Nähe anzusehen. Wir warten jetzt hier noch auf eine Fähre, die wir passieren lassen müssen und dann machen wir uns auf den Weg zur Werft. So, liebe Gäste, die sagen, umwobene Fähre ist jetzt durch. Das bedeutet, wir setzen unseren Weg fort in Richtung Werft. Am 13. Februar 2017 war die Kiellegung der Mein Schiff 1 genau hier vor uns und vom Stapel sind wir dann am 29. September 2017 gelaufen. Also auch eine recht zügige und kurze Bauzeit. Liebe Gäste, jetzt sind wir so nah dran an der Werft, wie wir rankommen. Wir machen jetzt noch einmal eine halbe Drehung und dann fahren wir mit dem Henk noch ein kleines Stückchen zurück, so weit wie es eben geht. Dann können Sie also von da aus nochmal einen Blick erhaschen auf die Maya Turku Werft und die Kräne und die Maldigra, die da liegt und noch nicht abgeholt wird. Es hat so ein bisschen was Trauriges, wie irgendjemand, der aus dem Spieleparadies abgeholt werden möchte, aber wir drücken der Maldigra natürlich ganz feste die Daumen, dass auch sie bald in die Hände ihres Besitzers übergehen wird. Und dann, wie gesagt, nach dieser halben Drehung machen wir uns dann auf den Weg nach Kiel, natürlich ganz gemütlich zurück durch die Scheren, haben Sie nochmal eine schöne Aussicht und natürlich dann auch nochmal ein Seetag. Also Kiel ist noch ein bisschen in weiter Ferne, aber die Richtung werden wir dann schon mal einschlagen. Ja, ich hoffe Ihnen hat hier unser kleiner Ausflug nach Turku dann gefallen. Ja, ich hoffe Ihnen. 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 Ich hoffe Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen. Ja, ich hoffe Ihnen. Ja, ich hoffe Ihnen.